Ich denke, wir sollten schon dieses Aktienpapier verkaufen, weil sonst gehen wir nicht beieinander. Natürlich, das wäre auch ein Vorteil. Moment bitte, ja? Ja, bitte. Ja, aber ist überhaupt kein Problem. Momentchen bitte, ja? Moment. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Mensch, was haben wir nur früher ohne die Dinger gemacht, was? Wiederhören. So, wobei stehen wir? Fusion.